Der ebenso wie Yahweh, Yahweh bzw. Ja und Eljon exklusiv für Gott gebrauchte Name El Shaddai bedeutet so viel wie El, Gott des Brüstigen oder El, Gott welcher Genüge, was den mütterlich umsorgenden und nähernden Aspekt Gottes andeutet. Gott der Allmächtige ist eine unzureichende Übersetzung des Namens El Shaddai. Dieser uns allein genügende Geist des Gottvaters, auf den wir uns ausrichten dürfen und der uns auf den Gottvater ausrichtet, ruhte bereits in den Anfängen siebenfältig auf Yahweh Jesus, ohne jedoch das Geheimnis seiner Zweieinigkeit mit dem Sohn auf Erden zu offenbaren. Obwohl die biblischen Väter den Namen Yahweh kannten, war ihnen nicht klar, dass sie es bei ihm mit dem Engel Yahwehs zu tun hatten, der verborgen im El Shaddai anwesend war. Von Abrahams Treffen mit Melchisedek abgesehen, erschien ihnen Jesus lediglich im Geist Gottes. Letzterer ist die Wahrheit in Person.